Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Ich begrüße die beiden Trainer Julian Nagelsmann und Bruno Lavadia und darf dem Gästecoach zunächst das Wort geben. Dankeschön. Ich war mit den ersten 20 Minuten sehr zufrieden in unserem Spiel. Wir haben bewusst ein bisschen auf Ballbesitz verzichtet in der Phase, um einfach über Balloberungen zu kontern, mit Kontern zu Chancen zu kommen. Das hat nicht nur beim Tor gut geklappt, sondern wir hatten danach mit einer Chance von Joe, die sehr, sehr gut war, und dann noch zwei Durchbrüchen vom André. Schon gute Situationen. Zwei, drei wurden dann noch ordentlich wegverteidigt von Wolfsburg und dann nach dem Ausgleich, wo wir ein bisschen zu aggressiv auf beiden Positionen hinten verteidigt haben, einmal im Flügel, ein bisschen zu früh aus der Kette raus, und dann im Zentrum auch ein bisschen zu früh vom Gegenspieler weg den Ausgleich kassiert. Danach war schon ein Bruch in unserem Spiel und Wolfsburg war ab dem 1-1 spielbestimmender. Grund war der, dass wir mit dem sehr guten Pressing in meinen Augen von Wolfsburg nicht so zurecht gekommen sind, wie wir es schon mal sind in Phasen, wo Gegner hoch verteidigen. Wir haben nicht so mutig geöffnet, hatten da zu viel Ballverlust und der Ball war zu schnell weg. Dann haben wir nicht mehr so richtig in die Struktur gefunden im Verteidigen, haben dann nach dem 2-1 vor allem ein bisschen zu früh wieder in unsere Richtung lenken wollen. Und deswegen war Wolfsburg vor der Pause, nach den ersten 20 Minuten besser. Dann haben wir in der Pause reagiert, haben den fünften Stürmer gebracht, mehr oder weniger, und haben unglaublich offensiv gespielt auf sehr vielen Positionen. Dann hinterher noch mal noch mal ein Stürmer eigentlich. Wir hatten dann drei Verteidiger, einen gelernten Außenstürmer, der mittlerweile Verteidiger spielt, und sechs Stürmer. Also viel offensiver ging nicht. Und da haben, glaube ich, die zweite Halbzeit auch dominiert, haben viel Druck gemacht, haben auch verdient den Ausgleich erzielt. Wolfsburg hatte da noch einen guten Abschluss, der aus einer Absatzsituation resultierte, die laut vierten Offiziellen auch gepfiffen worden wäre, wenn es gefährlich geworden wäre. Und da war ich zufrieden, da hat die Mentalität gestimmt. Und über die 90 Minuten, glaube ich, hatten wir sicherlich Phasen, zwei Halbzeit und auch die ersten 20 Minuten, wo wir ein bisschen gefährlicher waren. Wenn gleich Wolfsburg nach dem 2-1, glaube ich, auch noch zwei, drei gute Konter hatte für ein drittes Tor. Und am Ende geht das Resultat weitestgehend, glaube ich, in Ordnung. Vielen Dank, Bruno. Dann darf ich dich um dein Statement bitten. Ja, was das Resultat betrifft, kann ich mich anschließen. Und zwar deswegen, wir haben, ich finde, die Mannschaft hat das wirklich klasse gemacht. Nach dem 0-1, das war ein Nackenschlag, wir haben die Abwehr auch neu zusammenstellen müssen und dann trotzdem nachher so dominant aufzutreten, das fand ich dann schon beeindruckend, dass wir dann den Ball haben sehr gut laufen lassen, haben uns auch nicht von der, oder nicht anstecken lassen, dass wir hektisch geworden sind. Und dann finde ich das sehr, sehr gut gemacht, indem wir Hoffenheim auseinandergezogen haben, obwohl wir ja keine totalen Außenspieler gehabt haben, aber immer wieder sehr variabel die Position auf den Außen besetzt. Und somit haben wir dann auch die Tore gemacht, sehr, sehr gut rausgespielt, vor allem das zweite Tor. Ich denke, da sind wir dann auch wirklich verdient in Führung gegangen, weil wir dann, wie Julian schon sagt, auch so gut wie jeden Ball wieder gewonnen haben und dann einfach den Ball haben sehr, sehr gut laufen lassen. Ich denke, wir haben das Spiel heute nicht gewonnen, weil wir dann nach der Halbzeit den letzten Punch nicht mehr gehabt haben, wo wir die Möglichkeiten gehabt haben mit Kontersituationen. Dann bin ich der Meinung, hätten wir das Spiel heute gewonnen. Aber ansonsten muss man dann klar sagen, hat Hoffenheim das dann sehr, sehr gut gemacht mit ihren vielen Offensiven, mit dem, dass wir nicht mehr diesen Gegendruck machen konnten. Das zeigt dann, warum sie dann auch in der Champions League spielen. Und deswegen muss man sagen, muss man beiden Mannschaften ein Kompliment machen, wie sie auch Fußball gespielt haben. Und da kann man mit der Leistung wirklich auch zufrieden sein. Vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Andreas Pallmann von der Wolfsburg Allgemeinen, bitte. Für viele von uns hat Admir Mimedi ein sehr gutes, überragendes Spiel gemacht. Wie wichtig oder wie entscheidend war, dass er da nicht mehr mitmachen konnte? Das war so ein bisschen, dann noch die Phase anfing, wo ein bisschen die Kraft dann fehlte bei den Gegenangriffen. Welche Rolle hat das gespielt? Und was können Sie sagen zu seinem Gesundheitszustand? Ja, das ist natürlich immer Wahrsagerei, jetzt zu sagen, wenn er auf dem Platz gewesen wäre, hätten wir gewonnen. Aber wenn Sie so wollen, machen wir das. Klar, hätten wir gewonnen, natürlich. Aber Spaß beiseite. Admir, klar, ist in einer guten Form, hat gute Bewegung, setzt die Mitspieler gut ein, ist torgefährlich. Und gerade in der Phase, wo wir dann so diese, mehr die Konterschancen bekommen hätten, hätte uns sicherlich gut zu Gesicht gestanden. Aber es ist nun mal so. Und was seine Verletzung, also es war am Anfang, hat er ein bisschen mehr Probleme gehabt, sagte dann aber, nachdem er draußen war, dass er einfach eine falsche Bewegung gemacht hat, aber eigentlich das Gefühl hatte, dass es eher besser geworden ist nach der Auswechslung. Stefan Hox, Raju 21. Herr Labbadia, nach sieben Punkten gegen drei international agierende Mannschaften ist da möglicherweise jetzt auch der Zeit gekommen, wo Sie sagen, wir sind so stabil, dass wir mit Blick auf die letzten drei Spiele vor Weihnachten uns möglicherweise ein bisschen mehr der oberen Tabellenhälfte zugehörig fühlen als der unteren? Also wir selber schauen, was ist das nächste Spiel, das ist Nürnberg, wo wir wissen, das wird ein heißer Fight, die wir uns alles entgegenwerfen und wir sind nie in der Situation, dass wir sagen können, automatisch Ansprüche anstellen können. Aber klar ist, dass wir das Optimum wollen. Wir wollten heute das Spiel auch gewinnen gegen eine sehr gute Mannschaft. Die Mannschaft hat alles gegeben und das ist das, was wir sagen. Wenn wir alles geben, wenn wir so einen Aufwand betreiben, dann sind wir sehr, sehr schwer zu schlagen und haben dann auch mittlerweile die Torgefahr, um diese Spiele zu gewinnen. Aber da jetzt großen Plan zu machen, ich glaube, in der Situation sind wir nicht, sondern einfach, wir freuen uns auf das Spiel wieder, freuen uns, dass wir in diesen drei Spielen diese sieben Punkte geholt haben. Das war nicht selbstverständlich, aber auch möglich, das haben wir vorher auch den Glauben daran gehabt und das ist wichtig in der Entwicklung für die Mannschaft, dass sie solche Erfolgserlebnisse haben. Aber wie gesagt, jetzt nicht große Klappe machen, sondern einfach wissen, dass das auch ein anderes Spiel wieder wird gegen Nürnberg. Aber ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wenn wir können. Andreas. Herr Nagelsmann, Sie haben die vielen Offensiven, die Sie dann gebracht haben, angesprochen. Inwieweit ist das so ein Automatismus bei Ihnen, bei so einem Spiel dann so zu reagieren? Oder inwieweit war das auch eine Maßnahme, von der Sie glauben, dass Sie genau zu diesem Spiel passt? Ja, ich habe ja schon oft betont, dass viele Entscheidungen, die wir getroffen haben in der Zeit, wo wir zusammenarbeiten, immer vom Mut geprägt waren. Das haben wir auch heute in der Halbzeit entschieden. Es war jetzt kein großer Verteidigungsgrund, warum wir in der Halbzeit im Rückstand waren, sondern wir haben mit Ballen nicht so viel zustande gebracht haben nach dem 1-1. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen ein großes Risiko, natürlich mit Joe dann auf einer Achterposition zu spielen, der eine gelernte zentrale Spitze ist, der es aber sehr, sehr gut gemacht hat. War schon ein bisschen Risiko. Wir haben den dritten Wechsel noch ein bisschen aufgespart, um auch noch mal reagieren zu können, falls es gar nicht funktioniert oder wir ganz früh das 2-2 machen und dann vielleicht nicht sofort voll aufs 3-2 gehen können, weil das Spiel noch zu lange geht. Ja, es hat heute gepasst, kann aber auch mal nach hinten losgehen. Aber ihr braucht immer was zum Schreiben und von dem her probieren wir es immer mutig und einmal kriege ich halt auf den Deckel und morgen steht dran, dass es super war, wie mutig wir gewechselt haben. Erst Jörg Marwedel und danach Sebastian Stiegel. Ja, entsetzt in der Innenverteidigung, was ihre Innenverteidigung gespielt hat teilweise oder war es nur Pech mit dem Bikacic zum Beispiel? Ja, die Situation ist schon eher Pech, aber sonst bin ich kein großer Freund davon, immer von Glück oder Pech zu sprechen. Trotzdem gibt es in beiden Situationen, habe ich ja schon gesagt, beim ersten Tor verteidigen wir ein bisschen zu risikoreich auf eine Balleroberung in der letzten Linie. Das Skincheck jetzt nicht ganz langsam ist, glaube ich, ist bekannt. Wenn er im ersten Kontakt dann vorbeikommt, dann ist es schwer und im Zentrum war eigentlich nur Weghorst gestanden. Und wenn wir da länger in der Bindung bleiben, dann, glaube ich, kriegt der Olli den Ball oder kann ihn vielleicht auch abfangen, dadurch, dass wir die Position zu schnell verlassen, dass der dann letztendlich reingeht. Ja, wenn er ihn durchlässt, ist er auch drin, weil dann steht Weghorst am zweiten Pfosten blank und schiebt ihn rein wahrscheinlich. Das kann mal passieren. Beim zweiten Tor ist es eher ein Problem, dass wir den Gegner nicht im Flügel halten, wo wir ihn eigentlich in einer völlig ungefährlichen Situation haben, sondern ihn rausdrehen lassen und dann gerade vom Mittelfeld weg den Raum nicht schließen. In den der Mittelfeldspieler oder Gintzeg war es, glaube ich, auch, dann wieder rein startet. Und das hätten wir schließen müssen aus dem Mittelfeld, das hat weniger was mit der Innenverteilung zu tun gehabt. Also dann in letzter Konsequenz. Beim Teamsport ist es immer so, der Fehler verteilt sich meistens auf mehrere Schultern und selten nur auf einem. Auf einer, nee, auf zweien. Jetzt habe ich es. Herr Nagelsmann, zwei Fragen. Können Sie schon was Näheres sagen über die Verletzung von Kerem Demirbay, mit Blick auf den Mittwoch eventuell? Und wie haben Sie die Szene vor dem 2 zu 2 wahrgenommen? Das war ja, wenn man die Fernsehbilder hat, relativ eindeutig, aber es dauert ja trotzdem sehr lange, bis das aufgelöst werden konnte. Also zwischen Tor und Torjubel. Also bei Kerem ist es nichts Dramatisches, glaube ich, weil er nur einen Schlag bekommen hat. Hat für Mittwoch auch keine Relevanz, weil der ist gesperrt. Also hat er eine Woche Zeit, sich zu erholen von der Verletzung und das wird auf jeden Fall drin sein. Zu dem Tor, ja, habe ich jetzt nicht so richtig, ich habe es noch gar nicht gesehen im Fernsehen. Anscheinend war es ja kein Absatz, sonst ist es nicht gezählt. Dafür haben wir die Männer ja in Köln und eine Dame, die auch ab und zu da sitzt, glaube ich. Und ja, ich habe nur gesehen, dass es Kommunikation gab und dass da daraufhin der Assistent gehoben hat. Aber ich finde es grundsätzlich gut, wenn sie was entscheiden und dann wird es halt nochmal überprüft, dafür haben wir das ja. Und dann war halt mal eine Entscheidung anscheinend nicht richtig. Andersrum bei dem, ich glaube es 2-1 war, wo der Ball fast im Aus war, ist man auch richtig entschieden. Der sieht von einer Kameraperspektive, sieht der Ball klar aus, sieht es aus, wenn er komplett im Aus war. Von anderen dann gar nicht oder nicht, weil das, glaube ich, das Lot entscheidend ist, ob er drin ist oder nicht. Und von dem her, glaube ich, haben die Schiedsrichter heute einen ganz guten Job gemacht. Hier vorne bitte, zweite Reihe. Herr Nagelsmann, Benni Hübner hat heute sein Saisondebüt gefeiert. Was sprach unter der Woche dafür? Wann haben Sie entschieden, dass er heute von Anfang an spielt? Und wie sind Sie mit seiner Leistung zufrieden? In der zweiten Halbzeit hat er sehr gut gespielt, finde ich. Da hat man vieles von dem gesehen, was ihn sehr stark gemacht hat, seitdem er bei uns ist. In der ersten Halbzeit hat er das auch grundsolide gespielt für die lange Zeit, wo er jetzt gar kein Spiel gemacht hat, auch nicht in der U23. Da war ich grundsätzlich auch zufrieden, wie gesagt, bei dem einen Tor, da geht er ein bisschen zu giftig hin. Aber auch das ist eine seiner großen Stärken, dass er da ein gutes Gespür hat in der Situation, was Vordecken angeht. Dann kann es mal passieren, auch wenn nach so langer Zeit fehlt einfach manchmal ein bisschen das Timing. Aber er hat sich super reingefunden. Ich bin erst mal glücklich, dass er wieder da ist und habe jetzt heute nicht erwartet, dass er an die Weltklasse rankommt. Aber ich war schon zufrieden in Anbetracht der Situation, in der sich lange Zeit befand. Stefan Hox noch mal. Herr Labbadia, vom Debüt zum Comeback, Joshua Ghiabugi hüpft da unten, gefühlt, so ein bisschen sinnbildlich gesprochen, wie ein neuer Mensch durch die Mixzone. Total happy nach seinem Comeback, nach langer Verletzungspause. Wie gut tut er der Mannschaft? Wie wichtig ist es auch, dass er wieder mit am Start ist? Ja, dass er durch die Katakomben rumspringt, ist berechtigt, weil das ist schon klasse, dass jemand nach dem Kreuzbandriss so zurückkommt. Ich glaube, er hat vor Anfang das Ziel gehabt, ohne Operationen da durchzukommen, hat er den Glauben gehabt und das hat er gelebt. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig für ihn, dass er heute auch so eine Leistung abrufen hat. Und auch das ist nicht so einfach. Denkt ihr immer, die machen mal zwei, drei Wochen Training und dann sind sie schon wieder fit. Wir haben das, glaube ich, auch den Zeitpunkt richtig gewählt. Heute kam es aus der Not heraus auch, aber er war bereit, das hat man natürlich gespürt. Er hat jetzt drei Wochen am Stück mal gut trainieren können. Und ja, ich kann nur sagen, super, das ist, glaube ich, kann er richtig happy sein und stolz sein, dass er das so umgesetzt hat. Kompliment an alle, die daran beteiligt waren. Und wichtig ist, dass er da stabil bleibt, also echt eine gute Leistung. Andreas. Herr Leber, die ja unterhalb des Kollegen ist jetzt nach Frankfurt zum zweiten Mal in Folge Diskussion aufgekommen, ob man denn dieses Grundsystem als Raute oder als 4-3-3 aufmalen müsste. Wie malen Sie es den Spielern denn auf? Das ist für die Spieler gedacht. Aber sie sollen ja auch ein bisschen eine Aufgabe haben, ne? Wenn die Löwe doch mal leidig hinweist. Ja, das ist doch gut, wenn wir immer wieder so unklar sind. Also ich denke, wenn man die Spielertypen sieht, dann ist das schon auch ein Stück schwimmend und hängt natürlich auch davon ab, wie der Gegner gewisse Dinge macht. Aber ich habe es ja vorhin auch eingangs gesagt, dass wir auch gerade, wenn wir mit diesen Spielertypen spielen, natürlich im Zentrum sehr, sehr stark sind und wir wieder schauen müssen, wie wir die Außenposition auch besetzen. Und was mir da einfach gefällt, ist die Flexibilität, dass verschiedene Spieler dann einfach die Position übernehmen. Ob das mal ein Achter ist, ob das mal der Zehner ist oder mal ein Stürmer. Genau, das machen sie sehr, sehr gut. Fand ich gerade bei den zwei Toren, die wir dann gemacht haben, ist das so passiert. Und diese Flexibilität, die wollen wir haben. Bitte schön. Ja, Herr Nagelsmann, Kevin Vogt heute auf der Sechs, hat er früher auch schon gespielt. Wann haben Sie diese Entscheidung getroffen? Was hat Sie dazu bewogen und wie beurteilen Sie seine Leistung bis zur Auswechslung? Ja, normalerweise mal ausgewechtern wird, dass man nie 100 Prozent zufrieden als Trainer, außer es hat einen rein taktischen Grund. Entschieden habe ich es, ich glaube, gestern, 14.52 Uhr. Ungefähr. Der hat dann nur defensiv auf der Sechs gespielt, offensiv hat er normal in der Dreierkette gespielt. Wir wollten heute mit der Viererkette defensiv agieren. Und dann geht es halt immer darum, wie kriegst du es umgebaut, dass es offensiv wieder eine Dreierkette wird. Und da wir da nichts mit den Außenverteidigern machen wollten, bot sich die Entscheidung so an, dass Kevin von der Sechs dann nach hinten reinkippt. Das ist ein recht kurzer Weg. Ja, habe ich eigentlich alles beantwortet, oder? Bitte? Ja, nageln Sie mich nicht fest, aber ungefähr. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihnen allen einen schönen zweiten Advent und den Gästen eine gute Rückreise nach Sinsheim. Danke. 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 Danke.